die Reine du verpasst doch das Beste und das Beste wie er den Stärker kommen bei mir jetzt wenn ich noch kaufen kann bei mir bei mir bei mir bei mir bei mir ich hab's mir verdient da ist er da ist er da ist er ich bin in der Nähe schon wieder da die haben nicht viele Spots sehen geblieben ich kann doch noch Münzen klauen der Hundesohn ey ey 6 Münzen 60 Münzen das wärs ey abnormaler Bitchmove 3 Münzen 6 ne genau 6 Münzen das ist ja schlecht ey, das ist schlecht das ist auch nicht bei mir, das ist ja ganz weit weg ey, ich muss jetzt richtig hohe sein ah, geil 20, ey ey, richtig hohe 20 Münzen? ja was zum Zeugnis das ist richtig geil ey du kannst jetzt auch 20 nö, er nur 10 ey, doch nicht er, er minus 20 er, er guckt voll die Verfolgungsjagd jetzt hier ja, du musst aber erstmal Zoll zahlen hm ja, warum mehr Münzen, ich darf das komm, ja noch zwei Runden, ich muss zweimal 10 Würfeln damit ich noch ein Clown kann und einkaufen kann und dann bin ich der Beste hm einfach hier Minispiele gewinnen scheißen nach Toad City haha auf dem Weg nach Toad City haha Toad City Münzen einsammeln Münzen einsammeln okay Stammwaffen wo springen, Stamm wo springen, Stamm wo springen, Stamm ruko wieso bin ich weggeflogen keine Ahnung, sicher fakes dabei nein ha ha also, Joshi ist gefangen ey, boxt mir ja Mario noch einer, ey klar das ist schon wieder so ruhig, ey, weil er so wenig Sternen hat nein nein wir brauchen mal drei Sterne, wenn wir da reden den Bock auf Stefan, ey den Bock auf Stefan ja ey, sechs Mützen, geil 10 ah, okay, okay, sieben ich könnte es doch noch schaffen ey, die wollen mich alle ausnehmen ey, die wollen mich alle ausnehmen dann musst du das Minispiel gewinnen ich kann auch da oben nicht her wieso nicht? dann komm ich aus Fragezeichen äh? ach ja, dann kommt der Stein hihi ich lau vier her und dann klau ich einfach einen Stern was ist das denn? was ist das denn jetzt, äh, was war der Scheiß denn jetzt? oh, oh, geil, ey jetzt kannst du einen Stern klauen jetzt kann ich einen Stern klauen, sehr gut oh, süß, wohin jetzt kann sich noch alles ändern ach, fuck das war wohl nix nein er hat's Duncan hihi ey, da gab's auch Sterntausch, ey, das wär geil jetzt musst du es auch heftig sollen lass dich mal nehmen komm, ich muss dir ja noch einer richtig gut würfeln, ey und du jetzt richtig schlecht er kommt auch auf dieses Feld ja stimmt, ey, der kommt auch darauf natürlich komm ich jetzt auch da drauf auf ey, der will uns zählen, ihm die Sterne klauen wir tauschen Sternen mit Steffen hihi hihi die wollen mich erstmal... dann hat die Kegel gewonnen ja es hat die Kegel, es hat die Kegel, es hat die Kegel, die er redet jedenfalls wieder das stimmt ich red auch jetzt schon den ganzen Server, was los? hihi was das denn, ey der Affe na, krieg ich Geld, krieg Geld? hihi Yoshi wird nur ausgenommen, ey er hat doch gar nichts mehr er hat doch nix mehr geil, du hast gar nichts 6 Münzen oder so doch, er hat noch nix mehr hihi das Zeichen für Markus ist aber komisch in 1 hm, das ist passiert hm es leckt schön am Ende wirklich 3 hihihi hihihi das Spiel, wo jeder gewinnt hihi er wird gejungelt hihi hihihi hihihi ey, können wir die Aufnahme echt benutzen? ja hihihi kennt man, ne? Ich kenn er nö, können wir nicht ungünstig ich glaube ich hundert prozent bei dem kumpel das ist ein kunstwerk seine gleichen auch eine bestimmte anzahl an punkten dann kriegt jeder nun ach so nachgelesen ich habe das auch nicht nicht schlecht steppenkriegs so dass sie guter wir aus den großen rektor umgebracht mit holzbein erhältlich schöner mit deutschland Ich glaube immer noch, dass Mal am Ende gewinnt, ne? Ja, noch ist alles drinne. Was ist das denn? Komm, Runde aussetzen, damit du am Ende noch ruhig bist, ey. Ja, damit ich nächste Runde aussetzen kann, ja. Komm, 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 komm. Ja. Decay gewinnt wahrscheinlich. Weil der glaubt mir jetzt gleich den dritten Stern, dann hat er drei und dann ist auch gleich vorbei. Es gibt keine Sonderstern bei diesem Spiel. Das nachlesen? Ja. Ich muss erstmal jetzt weg, nur so was da. Wahrscheinlich würd ich mit zwei, weil alle nochmal Bowser sehen wollen. Ey, was das denn? Oh! Oh, oh! Oh, übel! So, komm, ey. Äh, ja. Ey, Sterntausch. Guck mal, es ist so wahllos, wann das kommt. Oh! Ey! Ich nicht! Okay. Das ist richtig schlecht, kommst du mit Münzen. Danke. Danke. Ey, hast du noch 50 Münzen? Ne. Oh! Nein! Fuck, ey. Der hätte mir den sowieso geklaut, weil er Stefan Sympathisant ist. Das ist so blöd, ich hätte gewonnen, wenn ich von Stefan jetzt klauen könnte. Ja, kann ich doch nix für. Sag das in Chance, das ist ja nicht mir. Echt mal. Das ist ja nicht meine Schuld. In der Stelle wieder. Das ist ja nicht meine Schuld. Äh, Münzen Klan. Joo. Als Rache dafür. Wie schreit das sehr aus? Da kann er nicht mehr mit seinen Münzen anfangen. Nächste Runde ist, es gibt keine, das ist die sechste Runde. Umso besser. Ist vorbei. Eher nach unten. Hahaha, geil. Ey, jetzt geht's ab, ey. Jetzt kriegst du noch einen Stern. Schiefe Türme? Fragezeichen. Ah, kennt man, kennt man. Ach das. Das war, das war Stefan, das war Stefan. Ja. Da hat er versagt, ey, für alle, die es wissen wollen. Ja, da habe ich versagt. Hübe. Bist du deine Potts umgesprungen, ey? Hahaha. Ungefähr so. Delay. Delay, genau. Das war richtig schnell, ey. Wann eh nicht mein Münden. Vielleicht gibt es ja doch noch extra Stern, ich weiß. Das werden wir sehen. Das ist der Laber, ey. Muss der Laber, ey. Was, scha... Schlafstuhl. Schlafstuhl, ey. Alle gegen Donkey. Münzblock, Blitz. Geil, rein. Das ist doch so, City. Gotham City. Das ist bestimmt das Geilste, ey. City of Justice. City of Marshrooms. City of Peace. Every one of us. Ey, was muss ich überhaupt machen? Was muss ich... Auf dem Pilz, auf dem Mitte da und die Schatztrohe holen. Ah, da müssen wir hin? Ja, echt. Da müssen wir hin. Wenn die Musik zu Ende geht. Oh, Mann, wunderbar frei. Ja. Du, Pilger. Du, Pilger. Jetzt! Scheiße, ey. Nein, ich bin... Ich, ich hab berührt. Geh mal schön, ey. Geh mal zurück, oder? Ich hab nur mit dem Schnur mal so angekitzelt. Das war schon längst auf der Tour. Was soll der Scheiß? Ey. Ey. Anderle, ii, ii, ii. Oh, oh. Es gibt extra Mützen. Bonus. Ich glaub, die Aufnahme können wir nicht verwenden. Oh, fuck. Yeah. Jetzt wird er sich auch mal wieder verwenden, ey. Ich geh und jahre nicht. Was sind das alles? Sterne. Wieso gibt's so viele Sterne? Ey, wer ist der Sieger? Mario. Haze. Das erste Mal, ey. Hast du gut gemacht, Haze. Ey. Alles nach Plan gelaufen. Jeder spielt alles auf. Keiner hat mit dir gerechnet. Ich hätte bei Haze klauen sollen. Dann wär ich der Sieger. Überhaupt nicht. Ja, klar. Das wird schlimmer geworden. Ne, ich hab ja auch noch einen extra Stern bekommen. Ja, wir werden jetzt das Ranking sehen. Ja. Pass auf, ey. Jo. Mal Klaas Haze gewinnt, er ist zu Hause. Was gibt's denn da? Ey, Super Mario Party 1, bestes Spiel. So schlecht ist das nicht? Beste Teil auf der Seite. Bester Teil. Ey, richtig lame, der Teil. Guck, golde Bananen. Golde Bananen. Ich find den nicht schlecht, ich find zwei schlimmer. Ey, die alten Ergebnisse. Guck mal, da sieht man noch mal ein paar geile Ergebnisse, die so waren. Ach, Mario ist ganz weg. Ach, so. Ich hab kein Buckaufwoll hier. Mach du es echt ganz weg. Genau wie Nächster. Tschüss. Du bist der Superstar. Nächster, Yoshi ist hier. Ne, ich hätte mehr Münzen gehabt. Das stimmt. Ja, wirklich. Oh no. Ganz unten, ey. Ganz unten, ey. Erst ganz oben, dann ganz unten. Ey, ich darf nicht anfangen, ey. So sieht's aus. Wer anfängt bei dir denn? Richtig, ey. Hey, ey. Ey, komm, ey, jetzt Kuchen. Kuchen? Weißt du, wie er gelogen hat, Henrik? Ich wusste es nicht mehr. Ich kriege keine Extrasterne. Ich kriege keine Extrasterne. Weißt du, und dann sagt er so, ja, klau mir doch nicht die Sterne. Ein auf den, ey. Ich kriege keine Extrasterne. Ich kriege ja erst mal am Ende einen Extrasterne. Ich kriege keine Extrasterne, ne? Voll der Lung. Ich komm ruhig, oder? Na, warte, ich mach Schnitt.